ja willkommen mein name ist dann die röpe und ich will es euch zurück zu jetzt black and the days of the blade ja ich hab's wieder zur zweiten phase geschafft von dieser einen alten und ja hoffentlich geht er jetzt gut und da fängt grandios an geil war ich hoffe ich werde jetzt nicht wieder durch so ein mist der bb mein ganzen halt bei mir mit einschlag abgenommen wird ich tue jetzt die ganze hat hier anvisieren weil ich irgendwie für bringt ja blöde ist der ist auf den r2 knapp und das ist richtig unangenehm hier weil man nicht dabei noch abwehren muss dann muss ich hier die öpfel sofort von verdrehen das sind richtig dummer kann weil es noch beim letzten mal ja da bist du verreckt so einfach kam drauf wenn die papieren am ende noch ist das ein verarsch so nächste und das war zu früh er fasst sie erst mal so an das hätten wir schon mal ich habe sie immer noch damit okay er ist immer der einzige der irgendwie was ausrichten kann habe ich das gefühl bei ms bei ms meine güte er ist echt der einzige der was gegen sie ausrichten kann bei ms einfach die angriffe so nehmen und dann bei ms nein 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 wohl ja das war eine weiße wie hat letztes mal ausgaben ist ne so nur schriftzeichen tötet sie was für ein abschluss boah bin ich froh als ich das hinter mir habe das war jetzt echt unschön das war jetzt sie sie es sie 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 es Ich bin ... Ich bin ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich finde die beiden so gruselig. Dann übers Meer, halt. Ja. Ja... Das ist auch mein Plan. Wenn ich mich noch nicht mehr anstrengen kann, dann kann ich mich nicht mehr anstrengen. Ich werde das jetzt richtig geil machen. So, wenn ich das hier schon zum zweiten Mal sehe. So, wenn ich das hier schon zum zweiten Mal sehe. So, wenn ich das hier schon zum zweiten Mal sehe, wenn ich das hier schon zum zweiten Mal sehe, dann kann ich das hier schon zum zweiten Mal sehen. Wir werden wieder normal klamotten. So, wenn ich das hier schon zum zweiten Mal sehe, dann kann ich das hier schon zum zweiten Mal sehen. So, wenn ich das hier schon zum zweiten Mal sehe, dann kann ich das hier schon zum zweiten Mal sehen. So, wenn ich das hier schon zum zweiten Mal sehe, dann bin ich aus dem zweiten Mal sehe. So, wenn ich das hier schon klamotten? So, wenn ich das hier schon zumal, dann war ich es nicht. So, wenn ich das hier schon zumal, dann klasse ich nicht. man sieht zwar jetzt nicht aber da links in der ecke ist ein speicher und das macht mich richtig froh wir haben ja genau so als erst mal speichern und bis hierhin kam ich weiter nicht mehr ja allerdings habe ich dafür nur ein part gebraucht 25 minuten was jetzt eigentlich so hinkommt ich habe letzt mal 90 minuten gebraucht und dann wieder jetzt hier die sechs minuten zehn minuten okay fast und ja weiter weiß jetzt auch nicht mehr also bisher bin ich gekommen und dann keine ahnung wir sind offensichtlich getrennt müssen die anderen wieder finden und ja da wird ein spaß ich hätte gerne mal so ein paar dinge ist keine reaktion dass ich das geschalt verschwindet immer gern mehr so leuchten gefunden damit ich die hp aufbauen kann von einigen charakteren wo ich habe glaube ich so gut wie alle gefunden nehme ich jetzt mal an das hat mir bis jetzt auch nichts gebracht ich bin trotzdem hier verlaufen dass ein waffen-upgrade bringt jetzt eigentlich nicht mehr so jetzt so was von für jeden kratzer zum speichern zurück an aber genau den kauf ich mal an wie viel die aushalten alter wieviel ich habe zehn kombus brauchen ein zu erleben ich darf jetzt komme ich wieder irgendwie voran noch einer nach dem anderen bei uns stehe ich stehe nicht auf weil ich bin schon so stark wie man sein kann der maximale stärke erreicht bis jetzt mal da muss aber wenig spiel auch schwer aber der erste kommen so brab ich so scheiße okay er kann natürlich auch sein aber trotzdem ein bisschen verteidigung so soll vielleicht noch ein bisschen mehr blocken und so aber gesagt ist so awkward irgendwie zu performen und kann mir jetzt eine englische war dahin also ich muss schon hier vier eck und x und kreis und alles drücken wo jetzt hat er kann man schon mit bank kaputt hauen und ja ich muss alles irgendwie schon auf der rechten seite des controllers machen jetzt auch blocken und so auf den schultertassen zu haben ist ein bisschen sehr doof inszeniert fand ich jetzt so und ja ich gehe zurück zum heilen das war so aus interesse nein ich kann nicht ich kann ihn nur noch einmal aufballern sind wir schon so nah am ende wenn das spiel danach noch lange weiter geht dann ist das nicht witzig weil meine waffen sind jetzt nicht mehr weit auf levelbar also einmal wird mir auch nicht mehr sehr viel dann das soll ja Ja, natürlich. Aber das ist doch nicht so. Das ist doch nicht so. Das ist doch nicht so. Ich muss schnell zurück in den alten Welt. Aber ich bin nur... Ich bin auch der Kroger von Sizuka. Ich bin auch der Kroger von Sizuka. Ich bin der Kroger von der Kroger. Ich kann das Kroger ein. Ich kann das Kroger zurück. Der Kroger ist nicht so. Ich bin der Kroger von Sizuka. hatte ich noch ein bisschen was ich das ist keine ahnung vielleicht wird der charakter mir irgendwas sagen wenn ich den ersten teil gespielt habe weil es ja aus dem teil weil sie nicht da kann man jetzt etwas unbekannt vor da kann ich bestimmte kreis immer noch mal da ein bisschen einladen da aus einer kommt mal her oder trägt sogar ein obo schützen gewesen sind dann hätte ich auch so erleben können auch hier sind sie nicht aber jetzt kein fehler warum ich sogar ein item bekommen mehrere gegner erledigt mit diesen dingen ja ja wir haben mehrere gegner lege ich damit dann kriegt man hat und leckt mich ab ob direkt die nächste auf seite auch nicht andauern verwehr dass man die viele hinten sind okay danke ich habe natürlich auch mal direkt einsetzen in dem seiner p2 höhen wo ist hier weil dann wird er auf folge heilt sagt okay da ist jetzt nicht viel gewesen aber wir sind voll geil dadurch wir können denn alle blocken ganz ehrlich soher kommt bämms ich habe keinen fehler bauen schon gegen gegen kämpft in den letzten folgen ich möchte jetzt nicht noch mehr kommen die noch stärker sind was aber noch mehr was wunderpäller oder ist so ein massenheilungs ding glaubt was aber nicht er geht mir zu sehr vernerven wenn auch noch so jetzt kommt es auch nicht so nett wer du wärst jetzt ab mal geflogen ich bin ganz weg in laufmann wahrscheinlich noch ein ding ja die gegner sind unangenehm ich will ja raus einer ok das war alles zerstören der riesige kestral strahlt nur ein unheimliches licht aus hier da haben wir das gefühl ich kann die schränke verschieben mit bänke aber heute mit den dingen irgendwann machen kann und das gegner aufgetaucht war ich mit den gong leuten ich habe mich wie sehr viel einfacher als spiel gewesen wäre auch normal das ganz herrlich und sagt gerade das item hoffentlich da habe ich auch noch nie gezeigt oder er ist mit dem einen das habe ich jetzt gar nicht dabei glaube ich habe ich jetzt eigentlich ein item bekommen ich habe gar nicht drauf geachtet weiter geht's geht weg scheint aber nichts mehr zu sein sondern kein wappen auch da macht er jetzt dafür leute kriegt wo bin ich wichtig am wohnen warte nein geht weg man wartet nur bis ich meine charaktere lab dann komme ich mit den dingen sie einfach mit einem kam angriff und dann seid ihr alle weg er kriegt mich nie nicht wenn ich bei wand laufe ich habe ein bisschen neugierig was da unten ist und noch so ein teil ich kriege voll viele dinge ich gehe voll viel von diesen dingen ich bin natürlich ein bisschen neugierig was da unten ist aber jetzt nicht so und irgendjemand da unten ist irgendwas ok und schon habe ich das verlangen hier noch mal in allen löchern noch rein zu gehen darunter gefallen sei es nicht so graziös aus euch beiden kann ich euch kämpfen ihr könnt euch meinen kamo hier so aufwösen wahrscheinlich auch gleich zurück wie kann er es war so einer hallo himmlische strage und finde ich gar nicht da kann erklärung kommt nämlich mal an sich das schon mal habe das ding hier wo sind jetzt die ganzen leute jetzt mein kamo ich freue jetzt könnt ihr euch kommen wenn man gut an diesen angriff ist sie stehen direkt danach wieder auf zeit ansparen liegen bleiben 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 21 minuten noch gut jetzt man muss bei ihm alles aussehen so heiner guck mal her bei drei gegnern geht das nicht mit dem items da müssen so mindestens 45 oder so sein wir müssen starke nutzer nicht weiß ich kann auf jeden fall gut items fahren diesen einen schlachtfeld und ja ich habe sogar was bekommen geil ich brauche auch viel tango kaut ja das könnte ich für was habe ich noch so viel wunderpille das sind doch die entweder ganz viel geben oder alle heilen glaube ich sage ich gehe jetzt erst mal jetzt zum speichern und speichern und da können wir den part endlich beenden erst mal und ja dann würde ich sagen wir sehen uns dann in der nächsten folge wenn wir die anderen hoffentlich wieder finden bitte ich habe mich alle herzlich zu schauen sagt tschüss bis zur nächsten folge